Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Great. Wir machen heute den ultimativen Grillhähnchen-Test, denn wir werden drei Grillhähnchen auf drei unterschiedliche Arten und Weisen zubereiten. Wir werden einmal das Hähnchen auf dem Drehspieß mit dem Heckbrenner machen. Wir werden einmal ein Beer-Can-Chicken, also ein Hähnchen auf einer Bierdose oder einem Hähnchenhalter machen. Und wir machen ein Roadkill-Chicken, also das Hähnchen flach ausgebreitet auf dem Rost. Und wir werden schauen, welches Hähnchen nachher am besten schmeckt, also am knusprigsten ist und vom Fleisch her am saftigsten. Los geht's! Als Ausgangsprodukt für unseren Test heute brauchen wir natürlich drei Hähnchen, im Idealfall drei gleich. Deswegen habe ich hier drei wunderschöne Mais-Hähnchen liegen. Die bekommt man mittlerweile sogar auch im Supermarkt. Ansonsten verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung, wo ihr richtig gute Hähnchen bekommt. Alle drei Rezepte, die wir hier machen, da habe ich schon mal ein ausführliches Video auf dem Kanal gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut mal unten in die Videobeschreibung, beziehungsweise lasst dem Kanal ein Abo da und schaut euch mal durch die Videos durch. Da erkläre ich das Ganze in aller Ausführlichkeit. Heute einfach mal im Schnelldurchlauf jedes Rezept. Vorbereiten und verarbeiten werden wir alle Hühnchen gleich. Das bedeutet, wir schauen uns die einmal an, gucken, sind da noch irgendwo Federkiele drin. Wenn ja, dann werden wir die rausreißen. Dann schauen wir beim Hähnchen hier hinten einmal diesen Purzel an. Den werden wir abschneiden, denn da sitzen Fettdrüsen drin, die nachher nicht ganz so toll schmecken. Die wollen wir beim Grillen einfach nicht dabei haben. Da kann man auch nichts mehr draus machen, einfach in den Müll damit. Manche sagen, das ist eine Delikatesse. Ich sage, schmeckt mir nicht. Also das kommt bei mir tatsächlich weg. Danach schauen wir einmal hinten in das Hähnchen rein und gucken, ob hier noch so ein bisschen Fett ist. Wenn ja, werden wir das einfach rausreißen. Das, was wir rausgerissen bekommen, kommt raus. Das, was nicht, bleibt drin. Dann bleibt jetzt nur noch das Würzen und da könnt ihr ein Gewürz eurer Wahl nehmen. Brathähnchengewürz, fertig gemischt. Oder ihr macht es ganz basic, zwei Esslöffel Paprikapulver, ein Esslöffel Salz, ein Esslöffel Pfeffer. Und dann habt ihr einen perfekten Rub für ein Hähnchen. Da werdet ihr nicht so viel vermissen. Oder ihr sagt, ihr habt Bock auf ein richtig geiles neues Gewürz, was wir hier mit euch zusammen entwickeln. Und der Prototyp dafür ist hier drin. Damit werden wir das heute hier würzen. Und wenn ihr Bock habt, damit dran teilzunehmen, dann guckt einmal unten in die Videobeschreibung und in den ersten angepinnten Kommentar. Und dann könnt ihr Teil des Ganzen werden. Wir haben jetzt alle Hähnchen gründlich gerubbt, auch unter der Haut, die Brust einmal mit gerubbt. Überall, in jede kleine Ecke, in jede Ritze ist ein bisschen Gewürz rangekommen. Und jetzt werden wir das erste Hähnchen hier auf unseren Drehspieß packen. Dabei achte ich immer darauf, dass ich mit den Krallen vom Drehspieß einmal die Keulen fixiere und mit der anderen Kralle die Flügel fixiere. Sollte euch das nicht gelingen, dann könnt ihr mit Garn die Flügel am Hähnchen dran halten, damit die nicht die ganze Zeit rumbaumeln, abbrechen oder vielleicht doch ein bisschen zu schwarz werden. Die sollten schon am Hähnchen fixiert sein, sodass das nachher dann so aussieht. Und auch wenn es sich dreht, hier nachher nichts die ganze Zeit rumwackelt. Unser zweites Hähnchen darf jetzt so wie es ist auf eine Bierdose oder generell auf so eine Dose wandern oder einen Bierhähnchenhalter. Solche Dosen stehen immer in der Kritik, weil die ja mit erhitzt werden, dass da eventuell sich irgendwas draus lösen könnte. Die meisten Dosen haben mittlerweile Beschichtungen, die sind BPA-frei. Das bedeutet, daraus kann sich dann erstmal nichts mehr lösen. Ob das wirklich so ist, ist natürlich trotzdem ein bisschen umstritten. Deswegen, falls so eine Dose nichts für euch ist, macht ihr das einfach mit einem Bierhähnchenhalter. Die gibt es dann auch zu Genüge. Und auch in unterschiedlichen Designs, wie zum Beispiel das, was ich hier da jetzt habe. Da hört man manchmal die Kritik, das sei ja irgendwie dem Tier nicht würdig genug oder so. Da muss ich sagen, rein rational gesehen ist das nicht so. Wir behandeln dieses Hähnchen hier wie jedes andere gestorbene Tier, was wir danach verzehren. Wir bereiten es vernünftig zu, wir verarbeiten es vernünftig und wir verzehren es nachher dann auch vollständig. Bis natürlich auf die Knochen. Und die Knochen bekommt auch mein Hund nicht, deswegen die Knochen werden entsorgt. Aber ob ich das jetzt auf so einem Bierhähnchenhalter mache oder auf einem anderen oder auf einem Drehspieß, das ist dem Tier nachher auch komplett egal. Also deswegen hoffe ich, ihr könnt euch in den Kommentaren etwas zügeln. Last but not least werden wir jetzt bei unserem dritten Hähnchen hier die Wirbelsäule auslösen, damit wir das Hähnchen flach ausbreiten können. Ihr könnt auch einfach nur auf einer Seite der Wirbelsäule dran vorbeischneiden mit einem Messer. Noch besser klappt das aber mit einer scharfen Schere. Und da kann ich euch diese Universal Edelstahlschere einfach wirklich nur ans Herz legen, denn die ist wirklich top. Erstens ist die Rasiermesser scharf. Rasiermesser ist vielleicht übertrieben, aber die ist messerscharf, so scharf wie eure Küchenmesser. Und die ist auch nachzuschärfen wie ein Küchenmesser. Ihr seht, das sind zwei Teile mit einem Schleifwinkel von 15 Grad, die ihr einfach so hier wieder zusammenfügen könnt. Und dann sind die super fest. Das hat den Vorteil, dass normalerweise die Schraube, die hier drin ist, die irgendwann locker wird und diese Schere unbrauchbar macht, weil man die nicht mehr festgezogen kriegt, einfach weg ist, weil hier haben wir keine Schraube, sondern das Ganze ist einfach immer fest miteinander verbunden. Erst wenn das Material nachgibt, und das wird bei Edelstahl quasi nie passieren, dann wird diese Schere hier locker. Diese Schere wird also eigentlich niemals locker. Der nächste Vorteil daran, dass man die so einfach auseinanderbauen kann, ist, ihr könnt die einfach in die Spülmaschine packen und die wird restlos sauber. Hierzwischen kann sich einfach nichts verfangen, egal was ihr damit macht. Ob ihr damit jetzt Hähnchen bearbeitet oder dann wieder was anderes bearbeiten wollt, ob ihr zwischendurch auch mal was nicht aus der Küche bearbeiten wollt und danach wieder Lebensmittel bearbeiten wollt, einfach zwischendrin in die Spülmaschine. Edelstahl ist Spülmaschinen geeignet und dann könnt ihr die wieder benutzen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir werden jetzt mit dieser Schere unserem Hähnchen die Wirbelsäule auslösen. Nachdem wir die Wirbelsäule ausgetrennt haben oder auf einer Seite dran vorbeigeschnitten haben, können wir unser Hähnchen jetzt so flach hinlegen, drücken einmal auf die Brust drauf und damit faltet sich letztendlich das Hähnchen auseinander. Wir können es jetzt flach auf den Grill legen. Und nein, man muss da nicht viel Kraft aufbringen, es muss auch nicht knacken. Manchmal knackt es so ein bisschen, meistens aber nicht und schon gar nicht mit dem Auto drüberfahren, auch wenn es Roadkill Chicken heißt. Kommen wir zu den Einstellungen an den Grills für die drei Hähnchen. Wir werden jetzt hier das auf dem Drehspieß mit dem Heckbrenner machen. Ich habe euch auch schon mal in einem Video gezeigt, Heckbrenner versus ohne Heckbrenner, Hähnchen auf dem Drehspieß, das funktioniert also auch ohne. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch das hier oben einmal. Und den werden wir jetzt ganz alleine anmachen, so auf mittlere Stufe ungefähr. Schaut einfach, wie stark euer Heckbrenner ist. Wenn ihr wisst, der ist ein bisschen stärker, dann maximal mittlere Stufe. Wenn ihr wisst, der ist nicht so stark, dann vielleicht sogar auf Dreiviertelstufe, damit ihr schon mal ein bisschen Hitze ans Hähnchen ranbringt, aber es auf jeden Fall noch nicht zu dunkel wird. Wir können am Ende die Temperatur noch hochschalten, nur runterschalten bringt dann nachher nichts mehr, wenn die Haut schon schwarz ist. Jetzt also dann hier den Deckel schließen. Im Idealfall ist das schon vorgeheizt. Habe ich jetzt hier für den Videodreh noch nicht gehabt, weil wir zwei Grills haben für drei Rezepte. Das ist ein bisschen tricky. Wir haben nämlich jetzt hier auf dem Rösle zwei Rezepte direkt, weil die beide indirekt funktionieren. Einmal das Roadkill Chicken, das liegt jetzt auf dem Ablagerrost. Könnt ihr auch direkt auf dem Rost machen, aber das Ablagerrost ist dafür auch prädestiniert. Und dann haben wir einmal unser Beer Can Chicken, was jetzt hier auf dem Rost selber steht. Und wir haben den linken und rechten Brenner, beide auf volle Pulle an. Wir wollen 180 bis 200 Grad Deckeltemperatur erreichen. Das schaffen wir mit so herkömmlichen Grills, mit zwei Brennern bei einem Vierbrenner. Wenn die auf volle Pulle sind, dann schaffen wir 200 Grad Celsius. Wenn der Grill ein bisschen schwächer ist, dann schaffen wir so 160 bis 180 Grad Celsius. ist auch noch okay, aber die Haut wird dann nicht ganz so knusprig wie bei 200 Grad. Wichtig ist aber, wenn ihr in eurem Rub Paprikapulver drin habt, dann auf gar keinen Fall über 220 Grad. Also peilt mal da die 200 an. Das ist auf jeden Fall eine gute Temperatur. Die Hähnchen brauchen jetzt so eine Dreiviertelstunde bis 75 Minuten. Und wir werden dann einmal schauen, welches Hähnchen ging denn jetzt am schnellsten, welches Hähnchen ist am saftigsten und welches ist am knusprigsten. Und vielleicht haben wir einen Gewinner oder alle drei Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Die Hähnchen sind fertig, wenn die eine Kerntemperatur von mindestens 75 Grad Celsius erreicht haben. Das bedeutet, an der kältesten Stelle am Hähnchen, irgendwo in der Nähe vom Knochen, da wo das Fleisch am dicksten ist, da müssen 75 Grad herrschen. Und das auch schon für so ein paar Minuten, damit letztendlich alle pathogenen Erreger im Hähnchen abgetötet worden sind. Deswegen tue ich mich immer ganz schwer, so eine feste Zeitvorgabe zu geben und habe gesagt 45 bis 75 Minuten. Das kann nämlich je nach Deckeltemperatur eures Grills ganz unterschiedlich aussehen, auch je nach Gewicht des Hähnchens. Manche Hähnchen wiegen 1 Kilo, manche 1,5 Kilo und dann brauchen die einfach unterschiedlich lange. Und damit ihr da nicht dann nachher ein rohes Hähnchen habt, solltet ihr die Kerntemperatur auf jeden Fall überprüfen. Und dafür gibt es drei sinnvolle Thermometer. Entweder ein stationäres Thermometer mit Kabeln, was immer dann gut ist, wenn etwas lange auf dem Grill ruht und sich nicht bewegt. Oder ein Einstechthermometer, mit dem man immer wieder mal nachgucken kann. Das ist dann praktisch, wenn ihr einfach hin und wieder mal sicher gehen wollt. Es kommt jetzt nicht auf jede Minute an und ihr steht sowieso am Grill. Das mit dem Kabel ist natürlich praktisch, wenn ihr euch irgendwo hinsetzen wollt, ein bisschen was trinken und essen wollt, schon mal ein bisschen quatschen wollt und dann irgendwann über ein Piepsen mitbekommt, ah, Essen ist fertig und dann holt ihr euer Grillgut vom Grill. Wenn ihr das so machen wollt, bei einem Drehspieß ist es allerdings ein bisschen tricky. Warum? Der dreht sich ja die ganze Zeit und die Kabel würden sich verheddern. Man kann da so ein bisschen tricksen. Man kann dann auch das Thermometer an den Drehspieß dran binden. Das habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt, aber das ist so ein bisschen unpraktisch. Oder ihr holt euch ein kabelloses Einstechthermometer, was wirklich die ganze Zeit drin bleibt und dann per Bluetooth oder WLAN an euer Handy sendet, wann euer Grillgut fertig ist und euch dann Bescheid sagt und ihr könnt zwischendurch die ganze Zeit nachgucken. Das ist natürlich etwas kostspieliger als jetzt ein Einstechthermometer oder ein stationäres, kabelgebundenes Thermometer, aber hat wirklich seine Vorzüge und ich meine, man holt das einmal und das hält dann wirklich jahrelang und es ist schon sehr praktisch. Ich verlinke euch alle Produkte einmal unten in der Videobeschreibung, immer zum besten Preis. Musik 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 Das ganze Team hat probiert und ein eindeutiges Ergebnis steht fest, die Unterschiede sind marginal, aber sie sind da. Und zwar haben wir bei unserem Roadkill Chicken tatsächlich die knusprigste Haut erreichen können. Woran liegt das? Wir hatten das Roadkill Chicken auf unserem Ablagerost und somit eine permanente Oberhitze von unserer Grillhaube, die auf die Haut gewirkt hat und die Haut wirklich richtig schön ausgelassen hat und dann auch knusprig gemacht hat. Das hat allerdings auch einen kleinen Nachteil, denn diese permanente Hitze von einer Stelle auf das Hähnchen hat dafür gesorgt, dass manche Spitzen des Hähnchens auch relativ dunkel geworden sind und das Hähnchen an sich ein bisschen trockener geworden ist als die anderen beiden Varianten. Denn das Roadkill Chicken war das trockenste davon. Die Unterschiede allerdings marginal. Also jetzt nicht denken, dass es ein trockenes Hähnchen war. Es war nur im direkten Vergleich ein bisschen trockener als zum Beispiel das Drehspießhähnchen, denn das Drehspießhähnchen war das saftigste von allen dreien. Woran lag das? Wir haben beim Drehspießhähnchen nicht die Oberhitze gehabt, sondern eine Strahlungshitze von hinten anliegen gehabt, worum sich das Hähnchen die ganze Zeit gedreht hat. Das bedeutet, die Hitze hat nicht permanent an einer Stelle gewirkt, sondern das Fett aus dem Hähnchen, was ausgetreten ist, ist die ganze Zeit ums Hähnchen drumherum gelaufen, hat das Hähnchen an sich natürlich auch saftig gehalten und die Haut hat trotzdem permanent viel Hitze abbekommen, aber immer im Wechsel. Das heißt, die ist nicht an der einen oder anderen Stelle viel zu dunkel geworden oder trocken geworden, sondern die ist auch knusprig geworden. Allerdings nicht so knusprig wie jetzt zum Beispiel beim Roadkill Chicken. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen, ich meinte, das wäre das zweitsaftigste gewesen. Nein, es war das zweitknusprigste, aber nicht das zweitsaftigste, denn das zweitsaftigste war tatsächlich unser Beer Can Chicken. Das war richtig saftig. Die Haut war dort am, ich sage jetzt mal, schlechtesten. Aber denkt dran, die Unterschiede sind marginal. Wir haben also beim Roadkill Chicken die knusprigste Haut, die zweitknusprigste Haut beim Drehspießhähnchen und die drittknusprigste Haut beim Beer Can Chicken. Wir haben das saftigste Hähnchen beim Drehspieß, wir haben das zweitsaftigste Hähnchen beim Beer Can Chicken und das trockenste Hähnchen in Anführungszeichen beim Roadkill Chicken. Als abschließendes Fazit bleibt aber zu sagen, es ist egal, was ihr macht. Macht das, was für euch am einfachsten ist. Wenn ihr sagt, ihr habt so einen Hähnchenhalter oder ihr findet irgendeinen besonderen Hähnchenhalter lustig, dann nehmt ihr halt den. Wenn ihr sagt, ihr wollt gar nichts machen, ihr schneidet das Hähnchen auf und legt es flach auf den Grill, dann macht ihr es eben so. Und wenn ihr sagt, ne Drehspieß finde ich ist eine coole Sache, dann macht ihr es am Drehspieß. Aber ihr habt am Ende immer ein geiles Hähnchenrezept und die Unterschiede werden euren Gästen absolut nicht auffallen. In diesem Sinne, ich hoffe euch hat dieses Video gefallen, wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für das Beste haltet, wie ihr das am liebsten macht. Und wenn ihr ein Abo da lasst, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.